Wie aber mag dieser Kampf vor sich und ausgehen? Und wenn denn siegreich, für wen? Gürten und rüsten wir uns für die kommende pulverreiche Folge, auf das nicht 3 gegen 30 stehen, wenn es wieder heißt Schloss Wildauen. Ein deutsch-amerikanisches Abenteuer, wie es im Buch des Lebens steht. Aufgeschlagen von Karl May. Das war Folge 70 des Fortsetzungsromans Schloss Wildauen von Karl May in der Funkbearbeitung von Christian Weiner. Die Personen und ihre Sprecher waren Prinz Otto Viktor von Schönberg-Wildauen, Hans Timmerding, Heinz, sein Diener, Wolfgang Reinsch, Wander, sein Mündel, Susanne Uhlen, Gisela Strähle, Max, sein Sohn, Klaus Spürkel, Richard von Tresco, Wolfram Berger, Christian Brückner, Wallerstein, Jochen Bartels, Vicomte de la Tour, Jörg Kossard, Reinhard Glimnitz. Wie geht's? Wie geht's?